Aber der Geist ergriff Amasai, dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Der Name in David an. 1. Chronik 12, Vers 18 Was willst du nun eigentlich werden? fragt dein Vater seinen Sohn. Der zuckte die Achseln. Der Vater seufzt. Es ist schlimm, wenn Menschen in sich in wichtigen Fragen ihres Lebens nicht zu einem Entschluss durchringen können. Ganz traurig gab es diese Entschlusslosigkeit unserem Herrn und Erlöser gegenüber. Da können wir von dem Amasai lernen. Der kam mit 30 Männern zu dem Verachteten und Verfolgten David in die Wüste. David geht ihm entgegen und fragt offen, warum kommt ihr? Da gerät der Geist Gottes über den Amasai und er gibt dem David, dem Stammvater des Herrn Jesus Christus, die Antwort, die einen festen, klaren Entschluss verrät. Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais. Von dieser Geschichte geht unser Blick unwillkürlich hinüber zum Neuen Testament. Da stand der Herr Jesus und erlebte es, wie unter seine Räder die Menschen wegliefen. Das ist eine harte Rede, sagten sie empört. Jesus wandte sich an seine Jünger. Und ihr? Nun antwortete Petrus wieder Amasai. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist wundervoll, wenn ein Herz nach mancherlei Kämpfen zu dem Entschluss kommt. Dein sind wir, dein in Ewigkeit. Amasai entschied sich für David, weil der ein Freund Gottes war. Wie viel freudiger sollten wir uns für den entscheiden, der der Sohn Gottes ist? Herr, mache uns ganz zu deinem Eigentum. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön. Dankeschön.